Zu Risiken und Nebenwirkungen, der Apotheken-Podcast. Alles, was ihr schon immer zum Thema Apotheke wissen wolltet, verständlich und klar auf den Punkt gebracht. Mit Tasso Weinhold. Hallo zusammen, mein Name ist Tasso Weinhold und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Heute möchte ich euch mal ein bisschen was anderes erzählen. Heute möchte ich mal ein bisschen mit euch über Gesundheitspolitik reden, wie das aktuell so läuft und wie der Stand so ist. Herr Lauterbach redet davon, dass er eine Apothekenreform plant und die Dinge, die bis jetzt so durchgedrungen sind, die verheißen wenig Gutes. Das betrifft nicht nur uns Apotheke, sondern auch im hohen Maße euch als Kunden der Apotheke, als jemand, der vielleicht mal krank ist, irgendwo ein Medikament braucht und so weiter. Denn bis jetzt ist es schon so, dass es vielen deutschen Apotheken nicht gut geht und die Zahl der Probleme ist vielfältig. Wir haben zum einen einfach den Punkt, dass ein Drittel der deutschen Apotheken wirtschaftlich um ihre Existenz ringen. Das heißt, die schreiben im Prinzip rote Zahlen und gleichen das zum Teil aus privaten Mitteln oder sonstigen Dingen aus. Und ja, das macht sich dann auch im nächsten Punkt bemerkbar. Wir haben momentan den Fakt, dass circa zwei Apotheken etwas mehr pro Tag in Deutschland schließen, jeden Tag. Und die sind dann weg. Die werden nicht ersetzt. Und in 2023, wenn man da zurückblickt, waren es also mehr als 500 Apotheken. Das heißt, wir sind also deutlich über die 365 gekommen. Und wenn man das umrechnet auf Patienten, kann man sagen, dass rein rechnerisch, ja, roundabout zwei Millionen Menschen ihre wohnortnahe Apotheke verloren haben und jetzt weitere Wege in Kauf nehmen müssen, um ihre Arzneimittelberatung zu bekommen und ihre Arzneimittel. Die Zwangsabgabe, die die Apotheken an die gesetzlichen Krankenkassen leisten, das ist auch vielleicht nicht jedem bekannt, die wurde von Herrn Lauterbach erhöht gleich zu Beginn seiner Amtszeit. Und zwar von damals 1,77 Euro auf 2 Euro. Klingt nicht viel, ist aber trotzdem eine große, große Belastung für die Apotheken. Denn da muss man wissen, wie verdienen Apotheken ihr Geld? Jede Packung, die an die gesetzliche Krankenkasse abgegeben wird, und das ist der Großteil der Packungen in den meisten Apotheken, unterliegt einem Kassenzwangsrabatt. Und dieser Kassenrabatt, der ist über die Jahre, ist der immer wieder gestiegen. Und Herr Lauterbach hat als erste Aktion gleich diesen Rabatt auf 2 Euro erhöht, hat eingegrenzt, dass er sagt, na gut, das wäre eine Sondermaßnahme für zwei Jahre. Ich bin gespannt, wenn die zwei Jahre jetzt rum sind, ob man das wieder zurückdreht oder einfach sagt, na ja gut, das ist jetzt so gelaufen, was wir haben, das haben wir und das bleibt auch so. Also mal schauen, wir werden ihn da beim Wort nehmen. Durch das GKV, also gesetzliche Krankenkassenfinanzstabilisierungsgesetz wurde der Apothekenabschlag für verschreibungspflichtige Arzneimittel um diese 23 Cent pro Packung erhöht. Der erhöhte Abschlag gilt seit Februar 2023, also wie gesagt, der läuft dann, wenn alles klappt, im Februar 2025 aus. Diese auf zwei Jahre befristete Maßnahme belastet die Apotheken allein in 2023 mit etwa 115 Millionen Euro. Wenn man das dann auf die Apotheken einzeln runterrechnet, kommt man auch immer noch zu einer erklärlichen Summe. Und das Ganze, während die Krankenkassen ungebremst ihren Vorständen weiterhin große fürstliche Gehälter auszahlen und sich laufend neue Verwaltungsgebäude gönnen, das ist nicht reglementiert. Da ist also ein gewisses Ungleichgewicht zu sehen. Und die Kosten, die die Krankenkassen an sich an Verwaltungsaufwand produzieren, sind mittlerweile größer als das, was für Arzneimittel in Deutschland bezahlt. Das muss man sich mal vorhalten. Das ist also irgendwo für mich ein sehr starkes Ungleichgewicht. Aber es geht noch weiter mit den Problemen. Es gab jetzt neulich ein Urteil zum Thema Skonto auf rezeptpflichtige Arzneimittel in Apotheken. Und das wird uns jetzt ab Juni treffen, die ganzen deutschen Apotheken. Denn wir werden zusätzlich belastet. Skonto auf Arzneimittel, auf rezeptpflichtige Arzneimittel ist ab diesem Zeitpunkt dann nicht mehr zulässig, ist nicht mehr machbar, nicht mehr gültig, weil er dort gerichtlicherseits als Rabatt eingestuft worden ist. Und da muss man sagen, also wer im BWL sich ein bisschen auskennt, der lernt im ersten Semester, dass Skonto eine Vergütung für ein entsprechendes Zahlungsziel ist, nämlich ein frühes Zahlungsziel und per Definition schon kein Rabatt ist oder sein kann. Da ist irgendwas in den falschen Topf geraten. Trotzdem müssen wir es umsetzen, müssen uns dran halten. Und da fehlt den Apotheken eine Menge Geld. Das wird nochmal richtig reinhauen und wird auch dem einen oder anderen dann die Überlegung, ob er das Thema Selbstständigkeit weiter verfolgen möchte, sicherlich erschweren. Hinzu kommt, dass das Apothekenhonorar, von dem ich vorhin sprach, von dem wir dann noch eine Zwangsabgabe leisten müssen, seit elf Jahren für die Apotheken nicht erhöht worden ist. Also die sogenannte Nichtanpassung des Fixhonorars. Auch da muss man so ein bisschen einsteigen. Auf jede Arzneimittelpackung, die verschreibungspflichtig ist, bekommt die Apotheke acht Euro. Egal, ob das Medikament zehn, zwölf Euro kostet oder ob das am Ende über tausend Euro kostet. Vollkommen egal. Das ist der Apotheke auch letztendlich wurscht, wie teuer ein Arzneimittel ist. Und auf diese acht Euro entfällt dann noch der Zwangsrabatt. Also wir reden dann bei den gesetzlich Versicherten von sechs Euro und nur bei den Privatpatienten bleibt es bei den acht Euro. Und dieses Apothekenhonorar ist, wie gesagt, seit elf Jahren nicht erhöht worden, trotz Inflation oder sonstiger Dinge. Alle anderen Branchen haben dort Dinge mitgemacht. Uns hat man außen vor gelassen dort. Nächster Punkt ist die derzeit unglaublich schwierige Suche nach Personal, nach guten Leuten in allen drei Berufsgruppen. Auch ein Thema, das natürlich viele andere Berufsgruppen trifft, die mit Fachkräften arbeiten. Aber im Apothekenbereich ist es halt auch momentan wirklich eklatant. Und damit einher geht auch das immer geringere Interesse von jungen Kollegen, Apotheken zu übernehmen. Gerade kleinere Apotheken, wenn immer wieder als nicht verkaufbar irgendwann dann einfach geschlossen, weil sie halt nicht mehr zu veräußern sind und weil kein junger Kollege bereit ist, unter diesen Bedingungen dort einzusteigen. Ein weiterer Punkt, der uns sehr belastet, sind die sogenannten Retaxationen. Was ist das? Wir geben Arzneimittel ab und im Nachgang sagt die Krankenkasse, Moment, hier habt ihr einen Formfehler begangen, den ihr nicht mehr korrigieren könnt. Und ihr könnt zwar vielleicht dagegen Einspruch erheben, indem man das irgendwie begründet, aber ihr könnt den Fehler an sich nicht mehr korrigieren. Und wenn wir mit dem Einspruch nicht einverstanden sind, dann ziehen wir euch das ab. Und wenn es ganz dumm läuft, in der gesamten Summe. Das ist bei einem Arzneimittel, was 15 Euro kostet, keine Tragik. Kostet das Arzneimittel, was häufig immer oder etwas immer häufiger wird, über 1000 Euro oder im dümmsten Fall mehrere tausend Euro, dann ist das ein richtiger Schlag ins Kontor. Dann wird es also richtig, richtig brutal und diese Dinge passieren immer wieder. Und da muss man so sehr genau hingucken, was gebe ich wie wo ab. Man muss Rezeptprüfungen machen, man muss also einen Riesenaufwand betreiben, damit das einem möglichst nicht droht und da nicht zu großer Abzüge kommen. Und die Krankenkassen sind da auch nicht fimschig. Die ziehen also auch kleine und Kleinstbeträge ab, einfach um dort sich zu alimentieren und die Dinge reinzuholen. Und da ist keine Besserung in Sicht. Wenn man mit Kollegen spricht, dann stellt man relativ schnell fest, dass die Stimmung momentan bei vielen auf dem Tiefpunkt ist. Selbstständige Apotheker arbeiten nicht selten pro Woche 60, 70, manchmal 80 Stunden, wenn auch Notdienste dabei kommen, manchmal in Einzelfällen sogar auch noch mehr. Und diese Mehrarbeit, die wird zum einen nicht honoriert, aber sie wird auch nicht anerkannt. Und das ist eigentlich noch viel fataler irgendwo. Herr Lauterbach hat nämlich eine etwas eigene Art zu kommunizieren, denn er macht das in der Regel nicht mit den Beteiligten direkt, also weder mit uns Apothekern, noch mit den Ärzten, noch mit den Zahnärzten oder Krankenhäusern, sondern er tritt gerne in Talkshows auf oder lanciert Artikel in Zeitungen oder äußert sich über Social Media. Seltsames Verhalten irgendwo, muss man schon klar sagen. Er geht so weit, dass er sagt, er bezeichnet die Organisationen, also die von Staatsseite aus dafür auserkoren wurden, gesetzlich festgelegte Aufgaben zu nehmen, also wie die Kammern der Apotheker und der Ärzte als Lobbygruppen und verweigert deswegen Gespräche mit ihnen. Das ist zum einen, denke ich, nicht klug. Also jeder, der irgendwo eine Chefrolle hat, weiß, das wichtigste Thema, was man hat als Chef, ist die Kommunikation mit seinen Mitarbeitern oder mit den Leuten, die einem zuarbeiten oder dieses System am Laufen halten. Es ist auch schlichtweg einfach unfair. Denn so erfahre ich nie die Dinge, die ich vielleicht wissen müsste, wo der Schuh wirklich drückt und wie es aussieht. Die Gespräche wären sicherlich nicht immer angenehm, weil man ihm sicherlich das eine oder andere sagen würde dann, aber er würde was erfahren und er würde Dinge nicht nur von Dritten erfahren oder von irgendwelchen Arbeitsgruppen, die er ins Leben ruft, sondern er würde von den Betroffenen was erfahren und dem geht er aber komplett aus dem Weg. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für uns Apotheker, sondern da kann man sprechen, mit wem man will im Gesundheitswesen. Direkte Gespräche finden da nicht statt. Und wie gesagt, es droht neues Ungemach. Ein neues Gesetz zur Apothekenreform ist in Vorbereitung und Herr Lauterbach macht das da auch recht seltsam, indem er dort einzelne Punkte lanciert und sagt, okay, wir werden uns darum kümmern, wir werden das machen und da. Und da muss man irgendwie, ja, muss man mal so überlegen, wie ist da der Ansatz? Ist das einfach auch unbeholfen oder ist da vielleicht eine Strategie dahinter, dass man sagt, gut, jetzt schocke ich die mal alle, rüttel die mal wach und dann gucken wir mal, wie die reagieren. Und dann kann ich immer noch sagen, naja gut, ganz so schlimm wird es nicht kommen, wir nehmen ein, zwei Sachen zurück. Und dann müsst ihr mit dem Rest klarkommen, dann hat es euch nicht so hart getroffen. Herr Lauterbach spricht oder hat schon davon gesprochen, dass diese Reform, also die größte Strukturreform der Apotheken seit den letzten 20 Jahren ist. Und das, was bereits durchgesickert ist, das verspricht, wie gesagt, wenig Gutes. Er hat folgende Themen aufs Papier gebracht bis jetzt oder in die Diskussion eingeworfen. Er hat die Idee, sogenannte Apotheken-Light reinzubringen in das System. Apotheke-Light wäre eine Apotheke, die seiner Vorstellung nach ohne Apotheker auskommt, wo Apotheker dann per Telepharmazie aus einer Filiale zugeschaltet werden sollen im Beratungsfall. Wo ich mir, also jeder, der in Apotheke arbeitet, weiß, dass das im Alltag praktisch kaum zu machen sein dürfte. Es ist ja nicht so, dass die Kollegen dann in der Hauptapotheke da sitzen und Däumchen drehen und darauf warten, dass sie abgerufen werden, sondern die sind natürlich in der Hauptapotheke auch am Arbeiten und haben ihre Dinge und würden dann eher durch die Hinzunahme per Zoom oder wie auch immer oder per Telepharmazie dann komplett aus ihren Aufgaben rausgerissen. Und dann muss man sich auch mal die Aufgabe, die Frage stellen, wer leitet denn so eine Apotheke-Light? Herr Lauterbach hat sich am Apothekertag am letzten sehr klar zur inhabergeführten Apotheke positioniert. In Deutschland ist es so, dass also nur ein Apotheker eine Apotheke führen darf. Deswegen fallen also so Leute wie Betriebswirte oder Externe für die Leitung einer solchen Apotheke raus. Und dann bleiben im Prinzip als nächste Stufe die PTAs. So, dann muss man auch gucken, welche PTAs sollen es denn jetzt sein? Müssen die eine bestimmte Qualifikation mitbringen, eventuell ein Fortbildungszertifikat oder was müssen die können oder müssen die noch irgendwo weitergebildet sein? Und wenn man auch all das nicht macht, dann muss man mal gucken, muss man die PTAs mal fragen, wollt ihr das denn? Dann gibt es die Organisation ADEXA, die für die PTAs Gehaltstarife aushandelt und dort Dinge regelt und sich um die Belange der PTAs kümmert. Und wenn man mit denen spricht, dann seien die relativ klar, nein, das ist keine Position, die wir innehaben wollen, also die Leitung einer Apotheke oder auch nur einer Filiale, einer kleinen Apotheke. Das wollen wir nicht, das haben wir nicht gelernt, dafür sind wir nicht da, sondern wir arbeiten unter Aufsicht oder unter Kontrolle eines Apothekers, aber wir arbeiten nicht komplett selbstständig. Das ist auch eine Sache, die viel Verantwortung bedeutet und die ist auch finanziell bis jetzt nicht vorgesehen dort. Also was soll das Ganze? Man weiß es nicht, das System ist nicht richtig durchdacht. Komisch. Und es wäre auch eine Rechtsform, für die im Prinzip sehr weitgehende gesetzliche Änderungen notwendig wären. Denn in der Apothekenbetriebsordnung ist ganz klar festgelegt und im Apothekengesetz, dass der Apotheker die Apotheke leitet und dass der auch permanent anwesend zu sein hat. Oder jemand, der auch Apotheker ist, muss permanent während der Öffnungszeiten da sein. Das ist auch der Anspruch oder das Recht eines guten Kunden, dass er auch eine qualifizierte Beratung durch den Apotheker bekommen kann, zu jeder Zeit, wo die Apotheke offen hat. Und das auch zum Beispiel im Notdienst. Also da ist immer ein Apotheker, Apothekerin vor Ort, um die Dinge dann nochmal zu hinterfragen, zu durchleuchten und vielleicht eine etwas weitergehende Beratung geben zu können oder Dinge mit dem Kunden besprechen zu können und so weiter. Und das würde komplett unterhöhlt werden. Das heißt, der Vorschlag von Herrn Lauterbach würde auch das Rechtsverständnis, was wir momentan haben zum Thema Apotheke, komplett auf den Kopf drehen. Da fragt man sich wirklich, warum schießt man sowas aus der Hüfte? Wo hat man diese Ideen her? Man kann spekulieren. Der erste Gedanke, der mir kam, dass es vielleicht Kollegen gibt, die die vier laufenden Apotheken haben, sagen, naja gut, ich würde gerne im Nachbarort noch so eine kleine Filiale eröffnen mit möglichst wenig Manpower und vielleicht auch nur an drei Tagen die Woche oder sowas. Also so Zwischenlösungen. Die sind aber mit dem jetzigen Gesetz überhaupt nicht vereinbar. Also verstehe ich nicht. Da stehen irgendwie vielleicht irgendwelche finanziellen Überlegungen dahinter. Aber es ist für mich viel zu kurz geschossen. Also macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die nächste Idee, die Herr Lauterbach im ähnlichen Zusammenhang brachte, ist die Einführung von sogenannten Gesundheitskiosken. Er hatte die Idee, ein möglichst niederschwelliges Angebot für Patienten zu schaffen, wo man dann ja irgendwelche freiverkäuflichen Arzneimittel kaufen kann oder sonstige Dinge tut. Auch da muss man ihm sagen, Herr Lauterbach, das gibt es schon. Die Apotheken sind niederschwellig. Da kommen die Leute rein und stellen ihre Fragen und kriegen auch vernünftige Antworten. Und das Ganze zu einer tollen Qualität auch. Das ist ja auch ganz wichtig. Es macht ja auch keinen Sinn, wenn einer auf der einen Seite schwerwiegende Arzneimittel annimmt und dann sich in einem zweiten Laden dort auf dem Weg irgendwelche freiverkäuflichen Arzneimittel kauft und die ganzen Dinge passen nachher nicht zusammen. Ich bringe einfach mal das Beispiel Blutverdünner ist verordnet worden und derjenige kauft sich ein Aspirin doch irgendwo to go irgendwo mit dazu und weiß nicht über die Wechselwirkung, die da entsteht und bekommt innere Blutung oder sonstige Dinge. Also das ist auch völlig zu kurz gedacht. Und das Geld, was dafür investiert werden müsste in diese neuen Geschichten dort, das könnte an anderer Stelle viel besser eingesetzt werden. Also macht für mich auch keinen richtigen Sinn. Noch seltsamer und abstruser wird es dann, wenn er darüber nachdenkt, den Gewinn von großen Apotheken auf kleine Apotheken umzuverteilen. Er hat also die Idee, allen Apotheken nochmal was wegzunehmen und zwar im Bereich der hochpreisigen Packungen, weil er irgendwie meint, dass in den großen Apotheken mehr hochpreisige Packungen auftauchen. Und auch hier muss man wissen, neben den 8 Euro bekommt eine Apotheke nochmal 3% auf den Einkaufspreis dort zugeschlagen. Also das ist das im Prinzip, was sie an einer hochpreisigen Packung dann nochmal verdient. Das kann bei mehreren tausend Euro, kann das schon mal an die 100 Euro oder etwas mehr gehen, je nachdem, wo wir uns da preislich befinden. Und diese 3% will er auf 2% absenken. Das klingt erstmal nicht viel, ist aber auch nochmal ein massiver Eingriff, je nachdem, wo die Kollegen mit ihrer Apotheke sind. Wenn man in der Nähe einer Facharztpraxis ist, ich sag mal zum Beispiel eines Onkologen oder sonstiger Fachärzte, wo viele teure Packungen momentan einfach auflaufen oder ein Rheumaarzt ist in der Nähe oder was auch immer, dann laufen einfach, das kann man gar nicht verhindern, viele, viele teure Packungen dort rein in die Apotheke. Und dann wird davon Geld abgezogen. Und dieses Geld, diese 1%, die dann umverteilt werden sollen, sollen irgendwie den kleineren Apotheken zugutekommen. Es ist überhaupt nicht definiert, wann ist eine Apotheke eine kleinere Apotheke, wann ist eine Apotheke eine größere Apotheke, das ist überhaupt nicht gesagt. Und diese Umverteilung wird weitere Risiken mit sich bringen. Schon jetzt ist es so, das ist manchmal nicht so richtig gesehen, dass Apotheken teure Packungen eigentlich gar nicht so gerne mehr mögen. Denn das Risiko hinter einer teuren Packung ist erheblich. Es gibt ganz viele Risiken. Erstens, man verdient im Verhältnis nicht so richtig viel an der Packung. Klar kann man sagen, 3% auf 2000 Euro ist eine Menge Geld, wenn man es einfach abgibt. Aber es gibt ein Finanzierungsrisiko dahinter. Es gibt das Risiko, was ich eingangs sagte, der Retaxation durch die gesetzliche Krankenkasse, die dann plötzlich sagt, nee, also bei den 2000 Euro habt ihr jetzt einen Formfehler begangen. Das müssen wir euch komplett abziehen, weil ihr hier nicht vertragskonform beliefert habt. Völliger Irrsinn. Wo kann ich hingehen beim Bäcker, futtert das ganze Brot auf und sagt, ja, aber da war irgendwie eine andere Kruste obendrauf, hat mir nicht geschmeckt. Herr Bäcker ist doch vollkommen klar, ich kriege jetzt bitte meine 5 Euro oder 4,50 Euro zurück von dir. Bist du mit einverstanden? Nein, wird natürlich rausgeschmissen werden aus dem Laden. Und zwar zu Recht. Die Apotheker müssen sich das gefallen lassen, weil die Krankenkassen da die Prüfungshoheit haben. Und ja, das ist wirklich auch ein sehr seltsames Gebaren. Und wir haben immer mehr, auch das soll man nicht negieren, eine Ausfallgefahr. Wenn man sich vorstellt, man hat einen privat versicherten Patienten, der eine teure Packung hat und das kann heute durchaus mal wirklich in die mehrere tausend Euro gehen. Und der Patient sagt dann, okay, also liebe Apotheke, ich kann das jetzt nicht sofort zahlen, aber sobald ich das Geld von meiner Krankenkasse habe, bezahle ich das. Dann macht man das über Rechnung. Und dann stellt sich plötzlich raus, dass der Patient vielleicht in seinem Konto eine Unterdeckung hat und das Geld gar nicht frei zur Verfügung hat, um das an die Apotheke zu geben. Oder wenn es noch schlimmer kommt, er hat vielleicht die letzten drei, vier Monate gar keine Beiträge an seine private Krankenkasse geleistet. Dann sagt die auch, ja, wir können das gar nicht erstatten, weil sie sind erst mal im Beitragsrückstand. Und wer leer ausgeht am Ende des Tages, ist die Apotheke. Also teure Packungen sind eigentlich überhaupt nicht mehr gerne gesehen. Und die Idee von Herrn Lauterbach wird auch da nach hinten losgehen, denn die größeren Apotheken können so einen Ausfall vielleicht nochmal in der einen oder anderen Geschichte nochmal kompensieren. Eine kleinere Apotheke macht dann bei einem teuren Medikament unter Umständen, was nicht bezahlt wird, schlicht einfach gesagt die Grätsche. Da ist dann aus, da ist dann Schlussschicht im Schacht, wenn man so sagt. Ja, also auch das ist für mich überhaupt nicht durchdacht. Und es hinzu kommt, dass auch, ja, ich erlebe das selber immer wieder, dass zu uns Leute kommen und sagen, Mensch, ich kriege die teure Packung nicht woanders. Haben Sie die da oder können Sie die liefern? Und dann ist es tatsächlich so, dass manche Kollegen solche teuren Packungen mittlerweile ablehnen, weil sie sagen, das Risiko ist mir zu groß. Man muss dazu wissen, es besteht der sogenannte Kontrahierungszwang für Apotheken. Das heißt, wenn eine Sache nicht unsinnig ist oder irgendwie nicht unseriös ist oder sonst was, dann muss die Apotheke, wenn es lieferbar ist, auch beliefern. Ja, die kann sich das nicht aussuchen. So, und das ist natürlich bei den teuren Packungen dann wirklich ein hartes Spiel. Und jeder andere würde vielleicht, je nachdem, bei einem Privatkunden unter Umständen erstmal vielleicht Kreditreformen bedienen, um zu gucken, wie ist die Bonität, klappt das Ganze. Das kann man hier so bei uns im Apothekenbereich praktisch kaum machen. Das funktioniert da nicht. Weiter geht's. Man hat auch den Eindruck, dass die Gesundheitspolitik momentan den Versandhandel irgendwo bevorzugt. Mit der Einführung des E-Rezeptes ist jetzt auch das Card-Link-Verfahren gekommen, das also einen schnelleren Zugang zu den E-Rezept-Daten ermöglicht. Und da waren zwei namenhafte Versandapotheken aus Holland ganz weit da vorne eine Zuteilung, einen Zugang zu diesem Card-Link-Verfahren sehr schnell zu bekommen, wo man sich fragt, warum tut das Not? Wieso geht das da so schnell in dem Bereich, während viele andere Themen dann noch nicht gelöst sind? Liest man so Zeitungen wie den Aktionär oder sonstige Dinge, dann hört man da, ja, das wird super mit dem E-Rezept und der Versand wird boomen und wird machen. Also da stehen ganz klare finanzielle Interessen dahinter. Und der Gesundheitsminister lässt das laufen und tritt nicht ein für die Apotheken vor Ort, die den Großteil der Arbeit leisten und die auch keine Rosinenpickerei betreiben können. Und ja, grenzt uns da so ein bisschen aus. Da sind wir nämlich gleich beim nächsten Punkt. Da gibt es eine sogenannte Länderliste, die ist mal erstellt worden, um Länder innerhalb von Europas als mögliche Versandhandelsadressen irgendwo einzuordnen. Und diese Länderliste, das muss man einfach so sagen, die ist im Prinzip schlampig erstellt worden. Das Thema Arzneimittel Versand ist seit 2004 gesetzlich verankert worden. Und man ist dann hingegangen relativ schnell und hat eine Länderliste der Länder erstellt, die also eine mit Deutschland vergleichbare Sicherheitsstandardsituation im Arzneimittelbereich aufweisen. Und die Liste ist das letzte Mal im Juli 2011 aktualisiert worden, also gute 13 Jahre her. Und wenn man sich dann zum Beispiel den Bereich Holland, wo viele Versender sitzen, Versandhandelsapotheken sitzen, einmal genauer anguckt, dann stellt man fest, dass das niederländische Recht keinerlei spezielle Regelungen zur Qualitätssicherung im Arzneimittelversand kennt oder die aufwartet oder so. Im Gegensatz zu uns, wo das in Deutschland, viele Dinge sind klar geregelt. Manchmal zum Vorteil, manchmal zum Nachteil. Aber in Holland gibt es da keine Regelungen dazu. Im Gegenteil. Der niederländische Gesetzgeber sagt einfach, wir bauen da auf die freiwillige Selbstkontrolle und überlässt es im Prinzip den Akteuren zu sagen, wie soll das Ganze funktionieren, wie sind die Standards, wie wollen wir das machen. Und damit muss man einfach sagen, dass die Länderliste aus Sicht der deutschen Apotheken im Prinzip ein Hohn ist, weil es dort überhaupt nicht die gleichen Bedingungen gibt, die dahinter stehen. Und es gab dazu jetzt ein aktuelles Gutachten, wo man auch zu der Erkenntnis gekommen ist, die Dinge sind nicht gleich von Land zu Land. Das niederländische Recht heißt es dort, genügt nicht den deutschen Sicherheitsstandards im Arzneimittelversand. So, das ist eine ganz klare Ansage dort. Die Vorgaben, die unser Arzneimittelgesetz fordert, werden dort nicht berücksichtigt und nicht erfüllt. Also da hat man sich einfach darüber hinweggesetzt und sich die Sache sehr, sehr einfach gemacht. Und ja, da müsste man wirklich mal tiefer drüber sprechen. Es gibt eine Gruppe der sogenannten freien Apotheker, die sich das jetzt zum Thema gemacht hat. Und die sagen, dass, wie gesagt, das niederlandische Recht dem nicht genügt. Hinzu kommt, dass holländische Apotheken immer wieder auch gegen deutsches Wettbewerbsrecht verstoßen. Einfach, weil sie meinen, ja gut, wir sitzen in Holland, wer soll uns hier belangen. Und indem sie zum Beispiel auf gesetzliche Zuzahlungen, die bei uns also verpflichtend sind und klar geregelt sind, indem sie auf die verzichten, um einfach Kunden anzulocken dort. Es gibt eindeutige Gesetzesurteile, wo das auch vor europäischen Gerichtshöfen als negativ oder als falsch identifiziert worden ist. Aber die Zugriffsmöglichkeiten der deutschen Behörden auf die holländischen Versandapotheken sind halt scheinbar nicht so ausgeprägt, wie das in Deutschland der Fall wäre. Wenn ich in Deutschland als Apotheke auf Zuzahlung verzichten würde, hätte ich relativ schnell ein massives Problem an der Backe und das zu Recht. Bei den Holländern ist es scheinbar egal. Unser Minister guckt sich das an und unternimmt nichts dort. Demzufolge ist jetzt eine Unterlassungsklage da in Vorbereitung und da soll geprüft werden, ob bestimmte niederlandische Apotheken nicht so gegen das deutsche Recht verstoßen, dass man ihnen die Zulassung zum deutschen Rahmenvertrag der Arzneimittelversorgung entziehen könnte. Das wäre natürlich dann eine Lösung, wenn man sagt, unter den Bedingungen könnt ihr daran nicht teilnehmen. All diese Punkte gefährden die Versorgung der Bevölkerung, weil es daraus resultieren wird, dass die Anzahl der Apotheken weiter abnimmt. Die Leute müssen weitere Wege in Kauf nehmen. Die haben nicht mehr die Möglichkeit, mal eben schnell zur Apotheke zu gehen. Je nachdem, in Ballungsgebieten sieht das anders aus als auf dem Land. Das ist vollkommen klar. Aber wir sind jetzt bei roundabout 17.500 Apotheken. Böse Zungen sagen, das geht weiter runter. Im schlimmsten Fall Richtung 15.000, vielleicht sogar Richtung 12.000 Apotheken in Deutschland. Und das wird man dann schon merken. Das wird man dann schon sehen. Man kennt das aus dem Bereich der Sparkassen, wo viele Kunden jetzt mittlerweile, gerade ältere Kunden sagen, boah, ich gehe da hin und habe da immer einen Kassierer gehabt, ich habe da immer eine Beratung gehabt. Das ist alles weg. Da steht nur noch ein Automat. Und für jüngere Menschen ist das nicht vorstellbar. Die machen meist ein Internet oder Bankgeschäfte vielleicht per Internet. Aber für ältere Leute stellt das ein massives Problem dar. Und der Großteil der Kunden in der Apotheke sind nun mal ältere Leute. Und das wäre fatal, wenn es in diese Richtung geht. Es wäre für den Minister ganz einfach, das System zu stabilisieren und ohne Riesenaufwand. Er müsste einfach hingehen und müsste den ausländischen Versandhandel verbieten, weil einfach die Regelungen nicht da sind. Und das würde den deutschen Apotheken sehr zugutekommen. Und es würde das System in Deutschland stärken. Und da müsste gar nicht mehr extra Geld in die Hand genommen werden. Aus diesen ganzen Punkten ergeben sich, denke ich, eine Reihe Forderungen oder Aufträge an die Politik. Das erste wäre mal die Anpassung des Fix-Honorars auf einen Betrag größer 10 Euro. Wie gesagt, wir befinden uns momentan bei roundabout 8 Euro. Auch hierzu gibt es Gutachten, die zu dem Ergebnis kommen, dass das zuständige Wirtschaftsministerium in dem Fall eine Pflicht zur Anpassung des Festzuschlags hat. Und das alle zwei Jahre. Ihr erinnert euch, ich sprach von 11 Jahren, wo nichts passiert ist. Also da sind wir weit von entfernt. Das nächste wäre die Rückführung dieses unsäglichen Kassenabschlages, also dieser 23 Cent. Idealerweise müsste er sogar ein tieferer Betrag überbleiben. Ja, es geht da schon sehr, sehr viel Geld an die Krankenkassen. Die Krankenkassen jammern immer darüber, dass die Arzneimittel zu teuer sind. Dann müsste die Politik da rangehen. In Deutschland ist es so, wir haben das massive Problem der Lieferengpässe. Das liegt häufig, wenn man mit Herstellern spricht, daran, dass an den kleineren Packungen, also an den preiswerteren und generischen Packungen zu wenig verdient wird. Und dass die Innovationen, die teuren Arzneimittel relativ ungebremst im Markt mit dem Preis aufschlagen, wo die Krankenkassen dann jedes Mal zucken, wenn wieder neues Medikament zugelassen wird, weil sie wissen, das wird richtig teuer. Und da müsste ein Verhältnis geschaffen werden, ein Ausgleich geschaffen werden zwischen den teuren Innovationen, die etwas runtergepreist werden müssten und den anderen, die man im Preis anheben müsste, damit es attraktiv ist für die Hersteller auch in Deutschland, Arzneimittel zu verkaufen. Denn da liegt der Hase im Pfeffer. Damit hängt es zusammen, dass wir diese Lieferengpässe haben. Nächster Punkt wäre die Überprüfung der genannten Länderliste. Insbesondere Holland ist nach den Dingen, die man weiß, die der Gesetzgeber eigentlich auch kennt, als Versandadresse nicht die richtige Wahl, weil es nicht mit Deutschland vergleichbar ist. Und daraus müsste ein Verbot des rezeptpflichtigen Versandes aus dem europäischen Ausland folgen dann irgendwo. Und das würde den deutschen Apotheken gut zur Stärkung dienen dann. Der nächste Punkt wäre die Streichung dieser seltsamen Idee mit dem Thema Apothekeleid und dieser Umverteilung des Honorars auf teure Packung. Also da weiß man nicht, ob das eine Nebelkerze ist, die da einfach gezündet worden ist, um einfach ein bisschen Unruhe ins System zu bringen. Wenn es das ist, dann muss man natürlich auch sagen, das ist keine gute Kommunikation dann. So geht man mit seinen Partnern nicht um. Also das würde in der freien Wirtschaft niemand mit sich machen lassen. Unser letzter Punkt wäre der Stopp der belastenden Retaxationen. Ich sagte das eben, dass zum Teil wegen wirklich kleiner Verwaltungsfehler dort große Geldsummen von den Kassen einfach nicht ausbezahlt werden. Und das Thema hat sich jetzt nochmal verschärft durch die Einführung des E-Rezeptes. Und da haben wir auch eine ungeklärte Haftungsfrage, weil einfach nicht ganz klar ist, wer jetzt im Prinzip fürs E-Rezept haftet, wenn es nicht richtig rüber transportiert wird, wenn die Daten nicht richtig fließen oder Dinge verschwinden oder sonstige Sachen. Das ist nicht sauber geklärt. Und trotzdem gehen die Kassen hin und fangen an, auch im E-Rezept-Bereich zu retaxieren. Da kann man einfach nur sagen, das funktioniert so nicht. Das kann nicht gehen. Interessant an dem Ganzen ist, dass es Herr Lauterbach durch sein Verhalten schafft, die Apotheken auf breiter Front zu einen. Denn das haben wir lange nicht erlebt. Es gab letztes Jahr die ersten Proteste dort. Man hat gemeinsam protestiert. Man hat tageweise die Apotheken relativ flächendeckend geschlossen. Und das verdanken wir Herrn Lauterbach. Der hat uns geeint dort als Apotheken und nicht nur als Apotheken, auch über die Grenzen hinaus. Auch andere Leistungserbringer stehen da gemeinsam. Vor der gleichen Problematik spricht man mit Kassenärzten, spricht man mit Zahnärzten, spricht man mit Krankenhäusern. Dann eint die alle die Sorge um die Gefährdung der flächendeckenden, wohnortnahen Patientenversorgung. Und ja, und allesamt klagen sie da über ein Übermaß an Bürokratie, das immer mehr Zeit wegnimmt vom Patienten. Herr Lauterbach hat eingangs gesagt, als er kam, sagte, es wird keine Reduktion an Leistung geben und steht für Bürokratieabbau. Da ist nichts passiert. Ein Facharzt hat mir neulich mal gesagt, wenn er einen Diabetiker hat, also einen Diabetologe, der sich mit Diabetikern beschäftigt, sagt er, da habe ich im Quartal, also für drei Monate, habe ich 15 Minuten Zeit pro Patient. Von diesen 15 Minuten gehen aber an Verwaltung so zwischen 10 und 12 Minuten drauf. Das heißt, ich muss die Daten vorbereiten, ich muss sie nachbereiten, ich muss archivieren und machen und tun. Das heißt, der Facharzt hat im Quartal drei Minuten pro Patient Zeit. Und das ist der Facharzt, der sich um den Diabetiker kümmern soll. Das ist ein Witz. Wenn wir in drei Minuten besprechen, da sagt man gerade mal guten Tag und auf Wiedersehen und dann ist die Zeit schon rum. Das bringt überhaupt nichts. Wie gesagt, diese Einigung hat es in dieser Form lange nicht gegeben. Danke, Herr Lauterbach. Ja, wir müssen mal gucken, wo das System hingeht. Also der Schlüssel ist sicherlich zu vielem dort, dass es ohne finanzielle Mittel nicht nicht gehen wird. In keinem der Bereiche, sei es Apotheke, sei es Fachärzte, sei es Zahnärzte oder Krankenhäuser. Denn man muss in Gesundheit investieren, wenn man sie erhalten will. Anders kann es nicht funktionieren. Klingt jetzt alles ein bisschen sehr negativ, aber es sind wie gesagt viele, viele Punkte, die uns da belasten und wo wir uns von der Gesundheitspolitik vom Ministerium doch sehr alleingelassen fühlen. Und ich wollte euch das einfach mal nahe bringen, dass ihr so ein bisschen mal Einblick bekommt, wie schwierig das momentan unter Umständen im Apothekenbereich abläuft und wie sich das gestaltet. Bleibt uns weiterhin gewogen, bleibt gesund. Ich freue mich, euch bald wiederzuhören. Euer Tasso Weinhold. Dieser Podcast ist eine Produktion von Twin Flame Productions.